Hallo zusammen, Eizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest ein neuer Morgen anzunehmen bei Taella in das Sturmsanktal an dieser Position. Hier bin ich. Nehmt die Quest gleich mal an und dann nehme ich diesen Flugmeister unter den Flugpunkt bei Handelswindmarke Tivagardesund. Das ist der Flugpunkt in Bovalos. Und dann zeige ich euch wo man die Quest abgeben soll. Falls euch das Video hilft, dürft ihr gerne einen Daumen hoch geben und oder abonnieren, würde mich sehr freuen. Was auch euch hilft ist, wenn ihr das Video teilt, weil ihr mehr Leute den Kanal kennen. Umso mehr können euch antworten, falls ihr mal Fragen habt. Schauen auf die Map. Ja, die Hälfte des Fluges habe ich. Sollte gleich ankommen. Sollte gleich ankommen. Und im Landeanflug Aufmountain Hier scharf rechts. Ui, es hat sogar geklappt, diesmal mit dem drüber zu springen. Habt ihr gesehen, wo ich hinein gelaufen bin. Request ist abzugeben bei Italia in Bovalos an dieser Position. Hoffe sehr, ich konnte euch helfen. Ciao und 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 전